ähm da bin ich wieder bei minecraft und äh hilfe ja geil vier fische in der hand und mit cobblestone eingemauert er soll wohl ein witz sein muss ich mich jetzt hier echt rausschlagen alt wie tf wo bin ich doch nur bitte nicht alter jetzt sagt mir nicht ich muss jetzt erst mal wieder heim finden hier ohne alles rauskommen wo zur hölle bin ich das kannst du wohl nicht sein ach komm so ging so mies habe ich aber auch noch nie getrollt ich habe zumindest immer daheim das gemacht damit man weiß wo man hingehen muss alter das ist jetzt aber kacke natürlich ist es nacht ok ich muss obsidian farm ich muss obsidian farm gehen ja mit einem dschungel das ist natürlich gut zu wissen aber wenn wir schon mal da sind katzi katzi hallo katze ja komm her wenn ich schon mal da bin dann hole ich die jetzt auch mit mit ja da kommt sie nicht bewegen nicht bewegen nicht bewegen nicht bewegen nicht bewegen hier 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 danke ich wollte schon sagen na darf ich jetzt mal heim finden na super ach komm was soll denn der scheiß wie zur hölle soll ich heim finden schnee da wollen wir nicht hin hunger habe ich natürlich auch wir sind level 13 soll ich jetzt wirklich sterben gehen wir waren irgendwo am wasser da da hinten kann es sein sieht gut aus sieht wahrscheinlich alles gut aus mit fach da komme ich nicht hoch ich muss irgendwo noch oben um heim zu finden ich wollte eigentlich schon einen timer muss ich mir stellen moment immerhin ist es tag aber hunger bekomme ich und äh was noch ne wut ne scheiß wut alter ich will ich will ja auch was schaffen in dieser scheiß let's change folge und ich will nicht nur schaffen dass ich nach hause gefunden habe das gibt für mich ähm mehr ich habe mehr ziele als mich nicht zu verirren im gegenssatz zu anderen leuten hier ok also ich brauche einen miesen troll ja das ist ja super und jetzt ich trotzdem nicht heim ich habe mich hier in der welt noch nicht umgeschaut so sehr man mag es nicht glauben was ist das denn bitte ach du scheiße ich wollte eigentlich nur ja suchen wo geht's denn hier hin weltlad mal das ist doch scheiße was soll ich denn jetzt machen ich finde da nicht mehr heim soll ich jetzt einfach blöde durch den dschungel rennen in der hoffnung nach hause zu finden da ist ja meine katze katzen finden auf dem weg immer zurück nach hause oder ist das nicht so ich muss aufpassen mir nicht zu sehr wehtun ich wollte mich eigentlich an der liane festhalten aber egal doch wie soll ich denn jemals aber trotzdem kann ich ja nicht wissen ich gehe jetzt einfach überall hin wo wasser ist ich ersauf mich jetzt gleich ach das ist doch kacke hund wo kommen die hunde her wtf hunde wo kommt ihr her das finde ich jetzt super sorgt mir bitte was zu essen ich laufe dumm durch die gegend und suche den heimweg und überlegt mir ein troll mehr nicht mehr mache ich in der folge nicht heimsuchen und was richtig mieses mir ausdenken zum rächen also so richtig meins war ja nicht mies ich bin auch nur in die luft gesprungen und runtergefallen meine güte in die hölle kann ich noch nicht um in lava zu springen irgendwas anzünden ja ach hm so jetzt wird es dann eng mit dem essen ein schaf kann ich nicht essen mein hum kann ich auch nicht essen ein samen kann ich auch nicht essen ich sehe ihn tue ich nichts pilze kann ich essen da ist wieder schnee wir sind von der schneelandschaft gekommen soweit ich mich erinnere also von der schneelandschaft alter der dschungel ist so riesig sag nicht hier komme ich her alter okay wir verhungern gerade nur so nebenbei habe ich so einen berg mal gesehen ich weiß es nicht mehr ich weiß es doch nicht mehr der dschungel sieht überall gleich aus von hier kam ich zücke ich mal nach da jetzt gut dass ich nicht verhungern kann auf einfach alter was soll der scheiß und warum sind die hunde da die nerven mich die sterben doch nur wenn sie irgendwo runterfallen ein ei super jetzt esse ich aber auch nichts überall schafe eisen toll aber ich habe ja auch nichts im inventar was ist das sind das kakaobohnen wenn ja ist es cool lol ich glaube das sind kakaobohnen kann das sein ja das ist so haha ich habe kakaobohnen gefunden bam was machst du jetzt achso da kommt nur eine raus und dafür kommt da mehr raus boah jetzt lass mich da verdammt nochmal hoch was will ich eigentlich mit kakaobohnen keine ahnung was ich habe habe ich da ist noch mehr schnee das ist komplett falsch wir sind aus der schneelandschaft rein in den dschungel also irgendwo hier schafft man das? ja irgendwo hier lang es kann auch jahre dauern bis ich zurück finde was ist wieder passiert? wahrscheinlich gar nichts hat sich geändert das habe ich noch nie gesehen hier wo ich nur mal gesagt habe nicht dass jemand denkt ich finde jetzt heim aber in den dschungel rein mal lieber mei schon wer weil da Wasser nee ist nur ein Lichtfehler hey Kohle sieht ja jetzt anders aus das ist mir noch nicht aufgefallen gut hat sich ja gelohnt wie blöd durch die Gegend zu rennen und Katzen zu suchen und was weiß ich alter geh mir nicht auf den Sackdschungel das kannst du nicht sein wo ist denn unser scheiß verdammtes Kackhaus? wie mich das aufregt alter das ist nicht mehr schön folgestell ich habe 18 bei den Schimpfwörtern die hier fallen ja da kommt Lava raus super interessant da bin ich aber auch noch nie gewesen das ist bestimmt eine andere Welt Ärger Kakao und Bunker kann man natürlich nicht essen kann ich mir wenigstens Kakao draus mal machen das wäre doch mal was jetzt gammle ich schon fast 10 Minuten durch die Gegend und seit wann wächst Holz so rum? kann mir das mal jemand erklären? wir laufen hier bei Musik durch den Dschungel und tun nichts aber wir müssen unsere Scheißdrecks heimlich finden ja ich finde es echt nicht mehr in der Folge man darf sie es selber heimfinden ich muss noch ein Schild machen irgendwie dann ich müsste mich ja jetzt weiß ich einen guten Troll aber das 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 ist gut das ist gut ich hoffe der Erdturm ist wenigstens abgebaut toll es wird auch noch Nacht ja super das kann es doch wohl nicht sein alter ich höre jetzt gleich auf in der Nacht höre ich jetzt aber auf soll sie doch durch die Nacht irren und heimfinden da war ich doch genau an dem Sprung war ich doch schon mal exakt exakt dem gleichen das ist echt ätzend so planlos durch die Gegend rennen zu müssen ich weiß schon gar nicht mehr wohin hier sind wir wieder in dem Scheißwasser alter vielleicht war es echt so dass wir davor fast da waren wo die Höhle war aber trotzdem das kann ich doch nicht riechen in welche Richtung ich zurück gehen muss wenn ich wenigstens mal was am Haus baue sehr gut das vor allem im Dschungel im Dschungel unser Haus total versteckt unter Bäumen das kann man noch nicht finden echt unglaublich also da hinten nicht so jetzt sterbe ich gleich irgendwie toll und Level 13 alles umsonst gefarmt hier so super ja ich kann mir nichts für ein schöneres vorstellen als verirrt voller Hunger durch den Wald zu laufen und von Spinnen gejagt zu werden das ist ja das Highlight jetzt Jahrhunde zu spät tot toll echt super ich versuch's Katzen hast mich toll du bist auch deine Mutter echt heißt es ätzend raus aus meinem Bett ich will schlafen ja setz dich auf mich während ich schlafe schön ich wurde von einer Spinne erschlagen ich kann absolut nichts dafür wenn ich ohne Ausrüstung irgendwo hingesetzt werde rein hier setz dich verdammt nochmal dahin mir Katze habe auch ich geholt rein hier ich färg gleich noch wahnsinnig hier alter Hund Katze komm hier rein das ist mir zu blöd so also und die Kakaobohnen sind auch wirklich schön danke ich war tot alter jetzt wirst du mich verarschen Viecher in in den Stork ich kann nicht mehr schreiben vor Wut ja wo sind denn dann die Rohstoffe Lapis Lazuli Redstone nie mehr mitten in den Dschungel okay scheiße so wollte ich das machen so fertig und jetzt jetzt kommt die Rache ganz egal was wir machen aber irgendwas total richtig hartes okay 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 wir sind ja jetzt eh tot deswegen jetzt hat er eine kleine Schuhe alter jetzt haben wir nicht mehr wo sind denn immer die Eimer eigentlich kann mir das mal wer erklären hat sie in Keller vielleicht mal was gemacht natürlich nicht achso ja es ist geplant so wo ist denn dann der Scheiß alter das gibt's doch nicht aber es ist mir so egal einmal nehme ich mit und Erde okay mache ich das auf dem Haus das mache ich auf dem Haus scheiße 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 scheiß drauf okay eins warte nee da nicht hier 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 und hier was mache ich denn hier 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 und hier hier okay aber ich bin ja fair und fülle sogar dreimal auf das Wasser hier vor allem weil ich eh nochmal runter muss um mir Erde zu holen wir gehen jetzt hoch hinaus also wirklich hoch okay gut so okay scheiße ein Schild brauche ich auch noch das wird lustig wenigstens nein natürlich nicht natürlich nicht also in der Ecke gehen wir in die wird schon möglich Moment mal nee das wird ja wir wollen nicht in der Herausforderung natürlich schief springt etwas okay das ist schon möglich gut dass sie wahrscheinlich nichts sieht wegen ihrer wegen der wenigen Ränderweite aber das ist mir so egal und irgendwann muss ich den Scheiß-Turm halt wieder abbauen mache ich ihm creative mut einfach danach schnell ich bin nämlich ein Scheiß-Cheater das ist wahrscheinlich sogar möglich hier einfach in den See zu springen probieren wir einfach aus weil wir böse sind erstmal auf 256 hoch gehen wir nur auf 200 weil wir nett sind und weil wir noch Blöcke brauchen okay Katze überlebt es ja so dann oh ich hab noch gar kein creative mod drauf fall runter fall runter da lang viel Glück so gut Ha, 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 ha.